In seinem Schrebergarten das Schauspiel zu erwarten saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und ringsabfuhr bei Krone die Damen im schönen Kranz. Und wie er winkt, ne, okay. Hallo, mein Name ist Emmanuel Mayer, willkommen bei mir, wie kann ich Ihnen helfen? Heute ist der 2.8. des Jahres 2020. Es ist noch immer Corona im Lande und Leute demonstrieren, damit sie sich anstecken dürfen, wie auch immer. Es muss halt solche Leute geben, es sollte allerdings nicht solche Leute geben. Ähm, heute möchte ich über mein Buch sprechen, und zwar Buch Nummer 3 von Elf, ja, glaube ich, ja, von Elf, äh, von Zwölf, Entschuldigung, von Zwölf, ähm, von, äh, Kristallwesen, die Abenteuer des Lua Fussan. Und, äh, warum ist es Buch 3? Ähm, was ist mit Buch 2 basiert? Ähm, ich habe ja letzte Woche von Buch 1 gesprochen, meinem ersten Buch, was ich jemals geschrieben habe, ähm, das Buch, ähm, der Club der Dilettanten, was ich dann verlendet hatte und so weiter und so fort. Und ich kam dann auf die Idee, ein neues Buch zu schreiben und weil ich mir dachte, ich habe jetzt ein Universum etabliert, in dem Leute Bücher schreiben, lass uns doch dieses Universum weiterführen und lass uns auch irgendwas Interessantes für die Hauptcharaktere von der Club der Dilettanten. Nicht Dilettanten mit Doppel-L und, äh, einem T, sondern mit einem L und Doppel-T. Es gab tatsächlich hin und wieder mal, äh, Augenblicke, wo ich das tatsächlich falsch geschrieben habe, aber ich kenne keine Tante, äh, Tante, die aus Dill besteht und möchte ich das? Nein. Ähm, ähm, also ich habe, ich schrieb dieses Buch, ich nannte es Der Dolch, ähm, ähm, und benannte es dann oben in Der Tod der Dilettanten. Ähm, das halt dieses Universum aufgelöst hat. Ich wollte dieses Buch veröffentlichen bei Amazon und nachdem ich es angefangen habe zu lesen, äh, habe ich gewusst, da hilft mir nichts. Da hilft mir kein Universum, kein, keine Ahnung, keine übergeordnete, super, äh, übernatürliche, äh, Person, äh, weder eine Muse noch irgendein griechischer Gott. Ähm, ähm, da hilft mir auch kein Loki, kein irgendwas. Ähm, dieses Buch war, wie soll ich das positiv ausdrücken, ähm, es war verwirrt. Und das verwirrt mich tatsächlich auch beim Lesen. Ich habe folgendes gemacht dann, also, äh, nachdem ich es wirklich Ewigkeiten, ähm, in der Schublade hatte, habe ich mir gesagt, Immanuel, du hast einen Blog und du veröffentlichst ja die Dinge, die du grundsätzlich, ähm, veröffentlichen möchtest als Rohfassung, äh, das ist ja der Grund meines Blogs, indem ich Texte in der Rohfassung rausschicke, ähm, einfach, damit man sieht, was ich erschaffe, ob es gut oder schlecht ist, ist, äh, ist immer eine Auslegungssache. Ich mag alle meine Projekte bis auf eines der, ja, äh, Projekte, das ich vor kurzem beendet habe. Ich muss das noch in meine Liste mit eintragen, stimmt, das wäre ja dann Buch Nummer 13, äh, Buch Nummer 13, cool. Ähm, ähm, ja, also der Dolch, beziehungsweise der Tod der Dilettanten ist dann, äh, befindet sich in meinem Blog, das komplette Buch, äh, das hat um die 60.000 Worte 200, 230 Seiten unter Umständen. Also, wer es, wer es lesen will, bitte, ich habe einen Link, äh, in unserem Schreiben. Ich habe tatsächlich diesmal die Beschreibung nur angepasst, bevor ich überhaupt das Video aufnehme. Ist das nicht toll? Ja, und dann, äh, genau, dieses Buch, also der Dolch, schrieb ich, äh, zumindest laut den Daten, die mir vorliegen, denn ich habe tatsächlich Freitagnacht, äh, einiges an Zeit gebraucht, während ich versucht habe, einen, äh, Horrorfilm auf Netflix zu sehen. PS, Netflix, ihr braucht mehr Horrorfilme. Ja, danke. Ähm, habe ich die Zeit damit verbracht, äh, mal zu schauen, dass ich herausfinde, wann ich meine Projekte gestartet und beendet habe. Und es gibt tatsächlich einige Projekte, da kann ich zumindest sehen, wann ich, äh, die Rohfassung beendet habe. Und, äh, ja, das war's. Ähm, dann fehlt mir allerdings jetzt eine Datei, die ich auch, äh, gebaut habe, aber die, ja, gut. Also, es handelt sich jetzt, äh, also, der Dolch oder, äh, der Dutter-Dilettanten, ähm, habe ich am 21.12.2012 beendet und, äh, oder am 17.03.2013. kann es nicht hundertprozentig sein. Beide Daten stehen drin. Ähm, ähm, ich habe den Dolch, äh, wie gesagt, zusammengefasst und habe ihn dann in den Blog gestellt. Und ab dem 19.03.2013 schrieb ich Kristallwesen, die haben dort das Noah Fusan. Warum Noah Fusan? Ähm, ähm, nun ja, ähm, wir kennen ja sehr viele aktuelle Fantasy-Bücher. Ähm, und wenn wir das Internet nach Fantasy besuchen, finden wir neben den großen Namen natürlich auch sehr viele unbekannte Namen. Ähm, diese sehr viele unbekannten Namen, äh, oder zumindest, ähm, zumindest für mich als Fantasy-Leser, so selten ich Fantasy lese, ähm, ähm, also die unbekannten Namen, äh, spielen dann eher in einem Genre, die nicht die erste, äh, vielleicht auch die erste Geige bis zur zwölfthundertsten Geige, ähm, ähm, sie alle schreiben oder sehr oft schreiben sie Young-Indalt-Literatur, das heißt Literatur, das heißt, äh, für, äh, zumindest meine Auslegung, das ist nicht die offizielle, vielleicht ist es die offizielle, ich weiß es nicht, ich schaue nicht auf Wikipedia, sonst werde ich wieder abgelenkt. Ähm, die, ähm, also Young-Indalt-Literatur ist grundsätzlich Literatur für, für junge Erwachsene, das heißt für Teenager ab dem Alter 13, 14 bis 23, 24, vielleicht auch bis 29. Natürlich lesen auch sehr viele ältere Erwachsene diese Literatur, äh, weil sie sich, ähm, gerne an die entsprechende Literatur aus ihrer Kindheit oder aus ihrer jungen Erwachsenenzeit, äh, oder Teenager-Zeit zurückerinnern und, äh, Young-Indalt-Literatur hat halt, ähm, äh, das Konzept, dass eben der junge Held oder junge Heldin, das ist sehr oft eine Heldin, weil Mädchen und Frauen lesen einfach mehr, kaufen mehr Bücher, äh, und lesen halt mehr. Und, äh, ich respektiere das, ich finde es traurig, dass wir Männer, oder wir Jungs, wir Jungs, ja, Jungs, wir Männer, äh, nicht so viel lesen wie Frauen. Ähm, ich weiß, als jemand, der die 90er Jahre sehr viel vor dem Fernseher und, äh, beim Aufzeichnen von Videokassetten verbracht hat, dass, äh, Fernsehen und Serien durchaus eine sehr, ähm, viel einfacherer Aufnahme von Informationen ist oder Unterhaltung ist, aber ich habe trotzdem immer sehr gerne gelesen. In den letzten Jahren allerdings eher seltener, das liegt aber auch an anderen Dingen. Ähm, ähm, insbesondere wenn man sehr lange schreibt, dann erkennt man sehr schnell gewisse Strukturen und dann ist alles irgendwie berechenbar oder man findet Fehler, wobei, wo nicht unbedingt Fehler sich befinden. Okay, die haben dort das Nummer Fusan. Ähm, das habe ich im 2013 angefangen zu schreiben, ähm, 19. März. Das zumindest die, oder beenden am 19. März, ich weiß es nicht. Also, es war 2013, Anfang des Jahres 2013. Und, ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, ich habe mich schon wieder verquatscht. Genau. Und ich dachte mir, Immanuel, du bist jetzt, und dann schaute ich auf das, ähm, die Zeit und sagte, Immanuel, du bist Mitte 30. Wie viele Bücher gibt es von, äh, von Charakteren, die Mitte 30 sind? Also, du bist ein 11, dann ist Mitte 30 vermutlich sowas wie 5 oder 3. Aber das ist, das ist die Wahrscheinlichkeit. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein 11. Ähm, jedenfalls habe ich mir überlegt, Immanuel, zu meinen, ähm, ich hatte zwei Konzepte, die ich auch verbunden habe. Ich will die und ganz voll. Ähm, und, ähm, das waren meine Ideen zu der Zeit. Und, äh, ich habe nicht, ich habe eine der Ideen reingebracht. Also, meine beiden Ideen waren, erstens, ein älterer Mensch in einem 0815-Leben, ähm, der Schriftsteller ist. Natürlich ist der Schriftsteller selbst immer der Charakter oder einer der Hauptcharaktere, zumindest teilt man sich auch in den Hauptcharakteren. Und, äh, und, äh, das Konzept, das zweite Konzept war, dass, ähm, der Typ, der Mensch, der in diese ferne Welt geworfen wird, nicht mal der Außerwählte ist. Ich mag dieses Konzept, denn ich, äh, denn das Konzept des Außerwählten, Außerwählten, der, ähm, schon sehr, sehr schnell seine Fähigkeiten entwickelt, ist, ähm, 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 langweilig für mich. Ich, ja, ich weiß, andere Leute, ich schaue sehr gerne, äh, also, wenn ihr wisstet, was ich für Filme anschaue, dann wisst ihr, dass ich einfache, effektive Filme sehr schätze. Aber bei Büchern bin ich der Meinung, es muss nicht unbedingt alles so unglaublich einfach sein, ja. Der Text oder das Buch an sich hat hier, ähm, oder braucht hier für mich meiner Meinung nach die Notwendigkeit, den Geist etwas anzuregen oder sehr anzuregen, ja. Ähm, deswegen lese ich zum Beispiel gerade, das werde ich auch dann sagen, ein Buch, was ich schon jetzt seit drei Jahren versuche zu lesen und jetzt das dritte Mal anfangen zu lesen. Es liegt nicht daran, dass es, ähm, dass es einfach ist, ähm, es liegt daran, dass die Schrift im Taschenbuch, und das ist das Taschenbuch sehr, äh, die Schrift im Taschenbuch relativ klein ist und das Taschenbuch, ähm, sehr unhandlich ist. Und trotzdem ist es ein Taschenbuch nur ist und kein sechs Kilo Sin City Comic Buch, was ich auch habe, was ich nie in der Öffentlichkeit lesen werde. Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal hingelegt gehabt, um zu zeigen, wie intelligent ich bin, ja, für euch. Ähm, also genau, ähm, ich habe dieses Buch also geschrieben, ähm, und, ähm, es war halt interessant, weil zum einen, äh, konnte ich ja echtes, Workbuilding erstmals machen, also so richtiges Workbuilding, und, äh, da ich ja grundsätzlich, äh, damals noch ein reiner Penzer war, das heißt, ich habe angefangen zu schreiben mit der Idee im Kopf, und da schauen wir nach, wo es hingeht, ähm, habe, äh, war natürlich auch, also, wie soll ich es ausdrücken, ich kannte die Strukturen, ja, der Heldenreise, und es ist natürlich eine, eine Heldenreise drin, in der Sache, äh, das Übliche halt, man trifft Leute, dann wird es verrat, und dann, der Held geht durch die Hölle, und so weiter, und so fort, ähm, bis man dann gewinnt, aber, ähm, es passieren andere Dinge, und, äh, genau, am Ende des ersten Buches, also, das ist eine Trilogie übrigens, weil ich mir gesagt habe, warum soll ich dieses Buch, äh, einzeln, äh, rausbringen, übrigens, das Buch hat, um die 130.000 Worte, ja, in drei Teilen, der erste Teil war länger, ich glaube, 50.000 Worte, der zweite Teil war, ähm, 30.000 Worte, und der dritte Teil war nochmal 40.000 Worte, äh, Bruder, Sohn und der Trilogie. Ähm, ähm, genau, der zweite Teil war dann der chaotische Teil, und nicht nur, äh, nicht nur chaotisch, weil ich nicht wirklich wusste, wo ich hinschreibe, sondern weil das Universum seine Komplexität ausgebaut hat. Der erste Teil eines, einer Trilogie in Filmen oder in Büchern ist natürlich erstmal der Teil, wo man, äh, das Universum, äh, die Welt an sich kennenlernt, ja, und es war halt eine typische Fantasy-Welt, ganz typisch. Ähm, im zweiten Teil, ähm, der relativ kurz ist, äh, passieren absonderliche Dinge, ähm, und es springt auch zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her, ähm, ähm, in der selben Welt und endet grundsätzlich, ähm, 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 halt mit dem, mit einem halben Cliffhanger. Und der dritte Teil, da bin ich sehr stolz darauf, weil der springt wirklich zwischen mehreren, also zwischen zwei Realitäten hin und her, also zwischen der hier und zwischen der dort. Und sowas liebe ich. Äh, ich hatte mal die Idee gehabt, ähm, eines Buches, sollte jemand das Buch schreiben wollen, bitte, weil Ideen gibt's, gibt's zu dutzen. Ähm, wir alle kennen ja, ähm, wir alle, gut. Ich gehe mal davon aus, jemand, der liest, der auch die Sachen liest, die ich lese und der die Sachen liest, die ich schreibe, vielen Dank im Voraus und nachträglich, ähm, kennt ja, die, kennt ja, äh, zumindest das Konzept, der zerbrochenen Realität oder welche Realität ist jetzt wirklich, aus mindestens, äh, einer Folge von Star Trek Next Generation, die Riker-Folge im Irrenhaus. Grandios, ich liebe das. Und natürlich auch die Buffy-Folge, äh, im Irrenhaus. Und, äh, gut, bei mir gab's kein Irrenhaus, aber es gab unsere Realität. Und, äh, das ist natürlich jetzt der Zweifel an der Wirklichkeit jeglicher Realität, ähm, was natürlich trotzdem immer noch mit reinspielt. Ähm, die, äh, die Kräfte, die ich meinem Protagonisten gegeben habe, in der fernen Welt, ähm, sind teilweise auch in die reale Welt reingestreut, aber nur ganz, ganz kurzfristig oder ganz, ganz winzig, weil, ähm, ähm, das Konzept der Kristallwesen wird ja im ersten Buch erklärt. Und, ähm, die Kristallwesen sind ja auch, ähm, ähm, gut, im Buch werden sie als Böse dargestellt, äh, äh, zumindest im ersten Buch, äh, beziehungsweise als, als, äh, überwältigende Kraft. Ähm, und das führt natürlich auch im ersten Buch, ähm, im zweiten Buch teilweise auch und im dritten Buch, ähm, ähm, zu einigen gewalttätigen Szenen, weil ich von Meinung bin, äh, wenn Gewalt existiert, wird, dann sollte sie mehr oder weniger realistisch sein. Ähm, ich erinnere mich nur an John-Boo-Filme, ja, Heroic-Ladget-Filme. Ja, also, es ist real, obwohl es nicht real ist. Und, äh, wie schon Hemingway sagte, Hauptsache, du schreibst die Wahrheit. Und das sehe ich halt in jedem Buch. Das heißt, alles muss passen in jeder Realität. Jede Realität muss sich so anfühlen, als wäre sie die einzige. Ja, ich war dann fertig mit Schreiben, ähm, ich habe es sehr genossen. Und dann ist mir noch eingefallen, während eines, äh, das war dann, also ich war fertig dann und ich habe dieses Buch sehr lange im, ähm, 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 in der Schublade gehabt. Nicht, weil ich dachte, es ist ein Schlechtes, sondern weil ich, ähm, derzeit sehr, äh, kreativ-kreativ war. Das heißt, ich habe geschrieben. Ich habe immer geschrieben. Ich habe einfach Rotexte fabriziert. Ja, und, äh, nach den langen Wochen und Urlauben mit der Club der Dilettanten, habe ich mir gesagt, äh, ja, ich schreibe jetzt erstmal einen Wachhuttext und dann editiere ich sie. Und es hat tatsächlich knapp drei Jahre gedauert, bis ich es hinbekommen habe, Kristallwesen, ähm, zu, äh, veröffentlichen. Äh, das Cover, was auf dem Eingangsfoto, äh, was sich auf dem Eingangsfoto befindet, ist das alte Cover. Ich habe es, äh, letztes Jahr alles getauscht. Ist, ähm, bei Covern habe ich keine Ahnung und, äh, ich weiß, meinen nächsten Cover werde ich natürlich professionell erstellen lassen. Ähm, trotzdem mochte ich meinen Cover gerne. Ja. Ähm, genau. Also es war, ich überlegte, wann es gewesen war. Ähm, ich hatte es mal kurz veröffentlicht gehabt. Und dann gab es, äh, ich weiß nicht, ob es 2016 gewesen ist, äh, gab es einmal eine Samstag Nacht, äh, Samstagabend, in dem ich mich gelangweilt habe. Ähm, und dann bin ich eine große Runde durch Berlin gelatscht. Und dann ist mir plötzlich ein alternatives Ende eingefallen. Also nicht das alternative Ende, ich habe nicht alles geändert. Ja. Ich habe nur... Das Konzept des, äh, des, äh, dritten Teil, äh, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe einfach den, den Antagonisten angepasst. Und ich muss sagen, dieser neue Antagonist, äh, dieser neue Gegenspieler, ähm, ist mir hervorragend gelungen. Ähm, weil er im Gegensatz zum Original-Antagonisten, bei dem es sich um einen Nachbarn handelt, äh, um einen echten Irren handelt. Ähm, ja. Deswegen, ich möchte euch einen ganz spoiler, schaut euch das Buch an. Es gibt es auch bei Kindle Unlimited. Ähm, ihr werdet viel Freude damit haben, wenn ihr das Genre mögt. Also es ist das High Fantasy. Früher dachte ich immer Low Fantasy, aber dann habe ich doch die... Ha, äh, äh, es gibt so viele Definitionen, ja. Äh, die einen sagen, äh, High Fantasy ist, äh, wenn du ein Universum erschaffst, äh, mit eigenen Sprachen und so weiter. Und Low Fantasy, also Low Fantasy, also Low Fantasy, ne, High Fantasy ist, ähm, sowas wie Game of Thrones. Ja, also eine hoch, ähm, eine hochkomplexe Gemeinschaft oder eine hochkomplexes, eine hochkomplexe Welt. Und Low Fantasy ist, ähm, sowas wie Conan der Boba, ja, was ich eh sehr gern lese. Ja, ja. High Fantasy ist, was ihr auch das wollt, dann, ja. Low Fantasy, wie schon gesagt, ist, äh, Kane oder Conan. Kane müsst ihr übrigens auch lesen. Kane ist geil. Von Karl-Edward Wagner. Hammer. Hammer. Ähm, gut, das ist, äh, die andere, die andere Erklärung, die andere Erläuterung heißt, ähm, High Fantasy ist, wenn du eine Welt erschaffst, die nicht der unseren, also die eine echte eigene Welt ist, ja. Und Low Fantasy ist einfach unsere Realität, in die, ähm, die, ähm, die Magie oder die Fantasy eindringt, sowas wie Urban Fantasy, ja. Ähm, ähm, wo dann plötzlich, was ja auch sehr beliebt ist, im Meerengedaltkreis, wo dann plötzlich normale Leute, äh, Fähigkeiten besitzt, äh, oder bekommen, wie Superhelden halt, ja. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, ich habe mich, ich habe mich jetzt bereit erklärt, äh, das Konzept High and Low Fantasy auf das zweite genannte Konzept laut Wikipedia anzubringen. Ähm, das heißt, es ist eine eigene Welt, äh, mit eigenen Regeln, Magie. Übrigens eine wichtige Sache für euch, die ihr Fantasy schreibt, das habe ich mal vor Jahren gefunden, ähm, das im Netz, ähm, das hat tatsächlich auch mein Bild sehr stark, äh, korrigiert, will ich sagen, für Fantasy, die ich dann später geschrieben habe. Wenn du Fantasy schreibst, was hält die Leute davon ab, diese Fantasy zu nutzen? Gibt es nur Leute, die die Magie kennen, äh, äh, Magie nicht fänden, die die Magie können? Sind sie ausgewählt? Ähm, wer hat sie ausgewählt? Wurden sie verwandelt? Ähm, wurden sie vom Blitz getroffen? Und, das Wichtigste ist, ähm, welche Nachteile hat Magie? Ähm, es gibt ja verschiedene Magiesysteme entsprechend, und, ähm, die einen sind halt Mana-basiert, ähm, wir kennen das aus, aus Computerspielen, ja. Weil, andere existieren halt, äh, nur zum Thema, Magie funktioniert, wenn du das Ritual durchführst, und dann ist es weg, und dann musst du wieder das komplette Ritual vorbereiten. Andere sagen, ähm, Magie existiert nur in Schriften, und, äh, jede Schrift verliert die Magie, sobald du sie angesetzt hast, und so weiter und so fort. Also, wenn du Fantasy schreibst, welche Nacht, äh, du brauchst etwas, wo du die Nachteile beschreibst. Und das finde ich auch hervorragend, ähm, Discworld, ähm, das Konzept der Magie von Discworld, nämlich, warum nutzen die Magier nicht, ähm, Magie ständig? Und da gibt es zwei zusammenhängende, äh, zwei unzusammenhängende Geschichten, die mehr oder weniger unzusammenhängend sind, aber die beide verschiedene Alternativen oder, oder Blickpunkte zu diesem Konzept bieten. Und das, äh, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ja, ähm, ich habe jetzt das Buch veröffentlicht, wie schon gesagt, das Foto ist, äh, das Foto ist das alte Buch. Ähm, genau. Ja, also, äh, ich habe jetzt, ich fasse einmal zusammen, wie ich es, äh, im Kundenzubord gelernt habe. Ich habe erklärt, wie ich das Buch Nummer zwei geschrieben habe, warum ich es nicht veröffentlicht habe. Äh, ich mache wie üblich schamlose Werbung für Kristallwesen. Ja, ähm, das ist auch, auch, auch so eine Sache. Ähm, wie macht man Werbung ohne, dass man, äh, Leute damit belästigt? Ja, indem man total coole Videos macht, die unglaublich lang laufen, äh, mit einer Kamera, die tatsächlich jetzt acht Jahre alt ist, oder zehn Jahre alt ist, und die tatsächlich maximal 720 Pixel auswirft, weil aktuelle Webcams dank Homeoffice arbeiten, dank Corona, ähm, deutlich teurer geworden sind als vorher. Ja, das ist schön, ja, so eine 4K-Webcamp wäre schon was. Ja, da müsste ich auch mal mehr überlegen, ob ich mir für den Hintergrund, ähm, eine, ein Greenscreen benutze, ähm, indem ich lustige Szenen einblende von Sachen, die ich nicht erlebt habe. Ähm, genau, äh, also, genau. Ich habe hier über Kristallwesen gesprochen, äh, das, das Interessante an der Sache ist, ich habe hier diese Welt erschaffen, Kinsule. Äh, wer meine Haze-Bücher liest, äh, meine Haze-Geschichten liest, die ich jetzt seit einer Zeit, äh, in meinem Blog veröffentliche, die spielen alle in Kinsule. Äh, und zwar, äh, in der Zeit zwischen Buch 1 und Buch 3 von Kristallwesen. Und das ist das Schöne, weil ich habe eine, ich habe eine Welt erschaffen, und das ist schön, wie gesagt, bei Fantasy ist es toll, oder halt bei Science Fiction. Wenn man eine Welt erschafft, hat man sich jegliche Erlaubnis erteilt, diese Welt zu benutzen, und ich mag das Konzept von Kinsule. Ich habe auch, ähm, bevor ich angefangen habe, äh, die Haze-Geschichten zu schreiben, habe ich ja auch ein großes Trilogie-Projekt angefangen gehabt, äh, wo ich den ersten Teil vollendet habe. Ähm, ich frage mich gerade wann, es muss Januar gewesen sein, ähm, und seitdem habe ich dann noch ein anderes Projekt geschrieben, wie gesagt, das, da, da muss ich irgendwann mit mir selbst laut darüber reden, ob dieses Projekt toll ist, was ein komplett anderes Thema ist, gell. Ich habe über den Inhalt von Kristallwesen mehr oder weniger Andeutungen gemacht, ich habe über meine Inspiration gesprochen, ich habe über die Änderung des dritten Buchs gesprochen, ähm, genau. Jetzt kommt nochmal kurz, was ich derzeit schreibe. Also, ich schreibe grundsätzlich am Wochenende meine Haze-Nurvellen weiter, ich bin aber noch bei Haze, der Pfad der Thun. Normalerweise hätte ich das gestern auch gemacht, allerdings habe ich mir gesagt, Emmanuel, dein aktuelles Fantasy-Projekt, äh, was du jetzt gerade schreibst, vielleicht braucht es doch eine gewisse Kurzgeschichte, äh, eine gewisse Zusammenfassung der Welt, ähm, warum sie existiert und warum die Kreaturen, die darin existieren. Weil, es ist, in diesem Buch handelt es sich dabei wirklich um klassische Fantasy und klassische Heldenreise mit ein paar Twists, ja, äh, ähm, genau. Ähm, also, ich schreibe derzeit mein Hauptprojekt, mein, derzeit brauche ich tatsächlich fast eine Stunde, um meine Tausendworte täglich hinzukommen. Das liegt aber vermutlich daran, dass ich es früh schreibe, gut, abends wäre es schlimm. Äh, was lese ich derzeit? Äh, ich habe vor kurzem, ähm, 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 ein hervorragendes Buch gelesen, Dark Matter. A Century of Speculated Fiction from the African Dispola ein ganz hervorragendes Buch, was mich sehr zu denken gebracht hat kann ich jedem empfehlen der gerne liest und der Fantasy und Science Fiction liest und der mehr lesen will von afrozentrischen Themen denn wir alle wissen die meisten Bücher im Fantasy und Science Fiction Bereich sind nun mal eurozentrisch man lernt sehr viel mehr wenn man die Chancen hat die Welt zu sehen und zu lesen die Gedankengänge das ist grandios was ich derzeit lese also das ist jetzt mein dritter Versuch Eisenhorn von Abnett zu lesen das ist ein Warhammer 40K Trilogie über den Inquisitor Gregor Eisenhorn ich habe dieses Buch seit 2017 als Taschenbuchausgabe es ist ein dickes Buch es ist ein Buch mit kleiner Schrift ich lese grundsätzlich deutlich lieber E-Books da kann ich die Schriftgröße ändern und ich habe diese Woche tatsächlich das Glück gehabt rein zufällig beziehungsweise durch den Bekannten im Netz der mich indirekt darauf nicht aufmerksam gemacht hat und der mich inspiriert hat nochmal auf die Webseite zu schauen und es gab letzte Woche ein tolles Angebot für die Eisenhorn Trilogie als E-Book und ich habe mir sofort gekauft und es ist einfach so toll ich kann das sehr empfehlen die Welt ist sehr komplex seit Warhammer 40K und eigentlich müsste ich mal anfangen einen Podcast zu hören über Warhammer 40K weil alle Bücher zu lesen wäre es selber als würde müsste ich mein Leben aufteilen alle Bücher von Discord lesen und alle Bücher von Eisenhorn zu lesen und ich müsste mehr lesen das ist auch der Grund warum ich ich hatte ich hatte eine Idee Freitagnacht gehabt ich könnte ja anfangen ich könnte ja ein Facebook ein YouTube-Rant-Video machen warum wir viel zu wenig lesen und ich bin grundsätzlich sehr dabei ich habe ich habe als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener gelesen wie wie ein wie ein Süchtiger und warum auch nicht ähm und jetzt lese ich deutlich weniger ja dafür schreibe ich ja ich müsste trotzdem lesen ja ähm gut ähm also ich schreibe mein großes Fantasy-Projekt und ich lese jetzt derzeit Eisenhorn ähm und auf meiner Buch-Urschliste stehen auch noch ein Dutzend andere Bücher die ich auch noch lesen will und ich habe mir eine Pile of Shame gestapelt aller meiner Bücher die ich hier als Hart-Format habe die ich noch nicht durchgelesen habe und äh eigentlich wollte ich die auch mal lesen äh denn ich bin kein Freund von Büchern sammeln und die stehen an einem Regal und man liest es nicht für mich ist ein Buch grundsätzlich da um gelesen zu werden nicht nur grundsätzlich ist es die wichtigste Funktion des Buches gelesen zu werden und ich bin und man möge mir nicht verzeihen die Aussage ich bin ein absoluter Gegner von ich kaufe ein Buch ich stelle in das Regal ich lese es nie aber schaut mal wie viele Bücher ich besitze und nie gelesen habe äh wenn ihr wüsstet wie stark ich mein äh wie lang wie stark ich mein normales Bücherregal äh minimiert habe ich hab vor zwei Jahren ne letztes Jahr war es oder vor zwei Jahren habe ich mehrere hundert Bücher gespendet weil ich hatte keinen Platz und ich hatte nicht vor diese Bücher jemals noch einmal zu lesen ähm von daher aber das ist jetzt meine Meinung und das ist keine allgemeingültige Meinung wenn ihr drauf steht Bücher im Regal zu haben okay wenn ihr die Bücher nur habt um sie zu präsentieren wischt wenigstens den Staub weg damit es nicht so aussieht ja am besten ihr macht noch ein paar äh Lesezeichen rein damit die Leute glauben ihr lest sie gut ähm sonst kauft ein E-Book Reader ja und kauft E-Books meine E-Books und viele andere E-Books von Leuten die wirklich äh auch tolle Bücher schreiben können ja ihr habt die Möglichkeit durch E-Book Reader durch E-Books habt ihr so viele Möglichkeiten die Klassiker zu lesen ähm das ist der Wahnsinn das ist so so eine Chance nutzt sie ich versuche es auch gut das war's für heute äh wir sind heute jetzt schon bei 33 Minuten äh ich hoffe mein Rant war nicht zu lang ähm vielleicht sollte ich mal anfangen Live-Videos zu machen äh aber Sonntagmittag ich weiß nicht vielleicht wer hättet ihr da Mittagsschlaf gut äh viel Spaß und mein Social Media ist wie üblich äh in der Kanalhilfe wir hören voneinander wir sehen wo wir wie mit